belgier belgier ist immer persönlich wäre es einfach ich hasse belgien machen nix gutes keine guten männer kein gutes essen gar nix nur dreck aus dem land schmutz deutsch ist das einzig war quatsch die italiener deutsch echt nassel deutsch ich kann ja auch du bist doch der lied man gibt es überhaupt deutsche kippen die ich die finde ne gibt es deutsche kippen aus deutschland produziert ok du machst dich ein bisschen breit ich muss über dich klettern und dann falle ich wieder auf die schnupp komm leute mussten wach bleiben ja könnt euch munster ich geh mal eng füllen deutschen zigaretten morgen ist das nicht diese jb oder wie ne das ist schon player afri rothändler und rewal habe ich noch nie gesehen rothändler ohne filter die mussten die mussten sehr sehr stark die hat man nicht gebraucht die habe ich einmal grauert und mir ist fast die lunge weggeflogen ist das so wie guillard oder die sind richtig stark ok das muss ich mir mal geben aber philip morris ist ja nur im vertrieb ist ja kein hersteller pixel dankeschön für den lök bibi lach doch mal ach ja richtig muss Marcel auch noch lurken hi pixel hi pixel ja man braucht es einmal aufgehen würde roten rothändler tabak und 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 ich habe das falsche knöpfchen gedrückt kriegt man die bundesweite oder nur innerhalb des bundesweites kriegst du überall ok lieber mal frage weil mit dem bier ist das auch immer so eine sache ja ich weiß ich habe da wie heißt es eine bier ich habe noch eine flasche zu hause das kann ich nur im rohgebiet kriegen im rohgebiet wie marken keine ahnung da kenne ich mich nicht aus ich kenne paar marken ja aber so viele also ich kenne ich kenne ich kenne die gängigen ja was scheiße ist du kannst meint den pfond mal nicht überall abgeben von diesen flaschen ja schon wo haben wir denn den marcel nein wir nehmen marcel was hast du denn von knöpfchen gedrückt kennen zieht man doch im spiel ne was hast du denn von knöpfchen gedrückt ich sehe dich gerade nicht ach sie hexe gekauft die ist bei mir gar nicht im shop war wohl der einkaufsbutton den ich aus der sehen gedrückt haben ja das ist gar nicht bei mir im shop kriegst du ein lök und du kriegst mein herzchen ich habe gar nichts gemacht das können wir schon mal die waffen sind auch nice die skyline witchcraft ich weiß nicht von was ihr redet leute keine ahnung ich habe ich habe nichts gekauft waffen mit langen läufern kimmert nicht gekauft kimmert nicht gekauft kimmert nicht gekauft computer signal ich bin dann auch mal raus habe ein frosch im hals schluck runter aber ich wünsche dir auch gute besorgen und dankeschön dass du da warst ich bräuchte mal so eine pedale um mich im discord mal zu muten oder kars ist auch so eine ekelhafte camping camping map ich kenne nicht ich glaube ich habe sogar einen dritten ich habe sogar eine hexen hand voll die freunde wenn es so einfach wäre ja ja na ein verschlucken ist so kimm spricht aus der baum warum lacht ihr jetzt eine über mich ich schluck nicht ich schluck nicht ich schluck nicht oh du kleine Hure oh du Hund nimmst du den hals ja na dann kuckuck kuckuck kuckk kuckuck kuckk ok 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 ich streame guck's mal Selbers Reaktion! Das hilft dir Süße. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Digga, die haben einfach alle drei Punkte, alter. Ne, wir sind bei B. Aber die werfen halt alles hier hin, was geht. Ich kenn die Map gar nicht, mann. Ich komm damit gar nicht klar. Ich weiß nicht, von wo die man snipern kann. Musst du auf die Dächer und auf die Gänge nur aufpassen. Ja. Oh. Hey, das nervt mich einfach. Ich weiß nicht, wo die sind. Hallo Sabrina. Hallo. Ich nehm B ein. Komm raus. Digga, ich mach nur Hildmarker. Ach, Junge. Hi Sabrina. Hi Sabrina. Geht's dir? Geht's dir? Ja. Was hat sich etabliert? Wer hat sich wo etabliert? Sabrina hat geschrieben, das hat sich wohl etabliert. Oh, ich hab jemanden zum ersten Mal gesnipert. Entschuldigung. Ich fände mich gerade richtig cool. Ich fände mich gerade richtig cool. Was hat sich hier etabliert? Bestimmt sein. Ihr Hu Hu Hu. Ach so, das ist gut, aber meine Knie sind so am Arsch. Bibi, wenn du snipen willst, hier darfst du. Ich fände die Gegner gar nicht. Bei B. Das Servus, das hat sich etabliert, ja. Boah, das zeigt. Du hast es alle gehört, also hast du es alle gehört gekriegt. Gott. Oh mein Gott. Ein Hallo sagen. Ja, genau. Wenn es nicht besser wird, muss ich doch nochmal zum Arsch. So schlimm? Scheiße. Leute, ich pumke an die Leute, okay? Sie werden jetzt sehr sauer sein und auf mich losgehen. Sehr erstaunt, der hat bei Kim. Mach ruhig, mach ruhig, Kim. Ein sauer. Aua. Ich mach keinen Kill. Die werden jetzt alle weggepumpt. Nein. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss Muni aufhören. Oh mein Gott, sie sind sie zu viert. Okay, sie sind alle bei C. Alle. Alle. Wenn noch mal viel zu uns geht, oder wie weiss ich. Supi. Und dir, Sabrina. Eines rot angezogen. Wie können wir den nicht sehen? Oh, Held Maka. Oh, danke. Ah, ah, Leute. Sie sind alle bei A. Oh, ich hab da nirgendschneiport. Das ist nicht gut, so genau. Go fuck you man with your gay pride. Hast du nicht irgendeine Salbe oder sowas, was du darauf tun kannst? Wie geht's gut? Wie geht's euch, Leute? Ich bin gar nicht aggressiv. Oh, und noch mal. Dort kommt er wieder. Mit seiner Homo-Flagge. Halte die Stellung! Lasst sie nicht durch! Für Emily! Ist das eigentlich ne Beleidigung, wenn man sagt, ne Homo-Flagge? Nö. Homo ist eigentlich... Homo heißt gleich. Aufladen. Okay. Dann nervt er mich mit seiner Homo-Flagge. Sie stehen da zu snipen, wie die letzten Homo-Flagge. Guck, schon bist du weggepumpt, ne? Scheiße, wa? Kuhn, dankeschön für den Lörg. Freut mich, dass du da bist. Sprengstoff entdeckt. Musst du vielleicht zum Arzt gehen, Sabrina? Das Selbstständige nicht so einfach. Stimmt, tut mir leid, in Deutschland ist es anders. Sorry. Leider, ja. Bei uns ist es anders in Luxemburg, deswegen. Oh, boah. Aber merke, dass sie immer mehr anspringen sind. Ja, Sabrina, dann wurde ich an deiner Stelle echt zum Arzt gehen morgen. Das hört sich nicht gut an. Wenn du sagst, sie fühlen sich schon entzündet an. Dann wird's nicht besser. Nö. Ja, aber nicht, dass du immer mehr Schmerzen kriegst, Sabrina. Ja. Ja, genau. Ach, Digga. Meins. Ja, ey. Dieser Mr. Vegas, der hat safe, äh, aimbot drin. Safe. Warum kann ich den nicht, warum kann ich den nicht blockieren? Wir regen uns auf, Sabrina. Das machen wir. Weil die spielen hier wie die letzten Welpen. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ja. Das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher. Den bin ich überfragen ansprechen. Haha, alles gut. Deutscher. Mein Tod bedeutet nicht. Das lasst es nicht. Boah, Vegas, ich werd dich so melden. Ja, wir spielen alle zusammen. Quatschen über Discord und, äh, stehen hier. Ich hab weh. Ich hab weh. Weh, du nervst mich. Ich hab weh. 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 Ach man, ich renne nur hin und her. Und ich treff nicht mit der Pumpgun. Ach man. Machst du doch. Ja, dreimal. Dreimal wie eine blöde Nuss hab ich auf ihn geschossen. Machst du nix. Hauptsache, er ist tot. Ich hoffe. Hauptsache, geht es alles so gut. Hauptsache, Alessio geht's gut, ja. Hör auf. Hör auf, vielleicht nenn ich mein Kind einmal so. Und was macht ihr dann? Macht ihr dann Scherze über mein Kind? Ja, Hauptsache, Alessio geht's gut. Ja. Ja. Mobbt ihr dann mein Kind? Nein. Ich mach das schon mit meinem Arbeitskollege seinem Sohn, weil er ihn Marvin genannt hat. Wenn ihr mein Kind mobbt, Leute, ich mob euch zurück. Ich geh was. Hallo scheiße Marvin. Ja, genau das mach ich. Hallo scheiße Marvin. Ich bin deine Biene. Hauptsache, will ich mit Waffen spielen, Alter. Hätte ich bessere Chancen, aber ich will nicht. Ich habe ihm sogar für die Taufe seines Sohnes, habe ich ihm ein Bild von einem Marienkäfer geschenkt. Seine Frau fand das richtig süß und er, 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 er natürlich, er wusste wieso ich einen Marienkäfer gab. Wenn ihr mein Kind verarscht. Ich schwör's euch. Das kannst du haben, Kim, wie gesagt, Nenno. Geht doch nicht, mein Kind, mein fiktives Kind verarschen. Mach erstmal eins, dann sprechen wir weiter. Ja, oder Marcel gibt dir eins von seinen. Nein, meine bleiben. Die bleiben. Wie viel hast du jetzt? Zwei oder drei? Drollf. Zwei. Drollf. Drei. 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 Und dann hast du die vier gezahlt. Erkennst du das nicht von, von... Ja, Roche. Ja, von Roche, genau. Aber dann kannst du ja noch eins machen, dann muss ich es nicht mehr. Ja, einer muss es rausdrücken. Aber ich erlässe. Ich nenn mein Kind, ich erlässe und ich nenn mein Kind auch nicht Marvin. Aber er lässt ja so einen schönen Namen. Nein. Nein. Ich find den Namen richtig scheiße. Ich will einen Kevin haben. Oh. Oh nee. Gottes Willen, sowas willst du absolut nicht haben. Yeah, optional hast du hier noch, Chantal. Um Gottes ein. Peter noch. Sabrina, Namen Vorschläge für'n Kind? Ich hab meine Namen schon... Die sind schon entschieden. da kenne ich ein lied von wieso anneliese schmidt heißt das ich nenne die eine cordula kevin ist so eine sache ja also wenn also keine ahnung sogar wenn es nicht so ein beleidiger name wer würde ich mein kind der hängt an seinem wilde vor kraft ist gott verboten nein was für elon mask nanz dann kennt wie ein flugzeug zwei namen ist immer besser aber hängt davon ab im spawn da in dieser in dieser kleinen hütte hängt einer oben genie und gerda wenn das zwillinge werden alles klar bin ich hab ihn wechselt union gerda zwei namen sind immer besser ja stimmt aber aber denn mit binnenstrich ja einer kämpft unter dem vorn ist echt ein schöner name probe ist ein schöner name aber den gibt es auch echt oft maxi tüme tue und koch in foise bett ist trubé ich sage ich te juro dreckiger franzose ehren erland dach was da danke masse ellen dach was sensationell österreich gibt es viele karl heinz jane halb schneider helmut nennen olaf wie nennt man ein helles helles mammut ich fand es lustig richtiger schöner kinderwitz man geht doch zurück in die türkei und snipe da mal ein bisschen rum habt ihr weniger krieg keine ahnung ich mache ihn krieg hat dieser franzose einer kämpft unten im wasser bei mir ist leider nicht wohnschaut das nervt mich nur mit marco wo marcel da ist viel wasser hier ah thank you ich weiß nicht jetzt so bekloppte namen es gibt ja ein video wo wo wer ist der typ unge unge mann mal drauf reagiert hat da kann dann auch jeremy pascal ja nein er brennt mich keine ahnung die drei namen genannt ja trude ruder nein nein das ist immer dieser dreckige franzose spielen sein baguette in die presse nein man hat genug attentate in frankreich mach was dagegen man man na nimm die apg weg du penner alle von dem wollen die ist ja jeremy pascal er muss sagen sie hat die namen aber drauf von ihren kindern ja das ist eigentlich auch pflicht ja da gehen die meinung auch echt aus meiner kenne die geburtskarten aus und meine mom wollte mich fanny nennen leute fanny frisch kompletter schuss die frau ich habe mir die namen schon mal durchgelesen sabrina also da ich mir auch so ein paar mal an kopf gefasst ja aber die leute glauben wenn du deinem kind so ein richtig fancy baby namen gibst ne naja guck der liegt auf dem boden ja fanny siehst du meine mom wollte mich so nennen wie ein pony deswegen ist mein papa hinter dem rücken von meiner mama dahin gegangen und hat mich angemeldet wahrscheinlich machen sie uns erstmal noch mehr probleme aber ohne ihre führung werden sie sich irgendwann zerstreuen ey da einer kämpft uns am spawn er hat ja ding mit vorräten oooh junge du dreckige kann kann ich nicht sagen doch das ist eigentlich keine beleidigung dieses wort was nee kanaka heißt ja auch eigentlich nur mensch richtig sicherer bereich entdeckt nur weil ja normalerweise sagst du aber du scheiß kanaka ja aber nur weil ein wort für eine frechheit größtenteils genutzt wird heißt es nicht dass es die hauptbedeutung dahinter ist ja anders mein pony hieß salami mein 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 pferd hieß ginger und pal pal palmino palim 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 ist ein pokemon palim 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 pal eine flasche pommes ist so genau das ist jetzt so ist der kater von meiner schwester alle palen oder jester kater ginger der palimobestand war aber war mädchen ach ja und dass das pony das pony ist zottel ich hatte viele tiere ich bin voll ins bohnen reingerannt der sandwich jetzt mal was hast du von kindernamen vorstellung das macht man doch nicht im stream marcel warum nicht ich kann doch vorschläge sagen aber es ist eher ein gizmo jede katze ist ein gizmo wir haben gerade paul guck dir das an man von wem ist paul baby wie rennst du da durch bitte ich brauche eine halbe stunde um jemanden abzuknallen und bw ist das ist auch eine schöne hunde leute labrador ist das besser labrador als faszinier dritte ist ein schöner familienhund ja aber kommen jetzt jetzt nicht mit mit der kleinen ratte kaut zu ende du redest nicht mit mir mit vollmund ne ich brech mal noch mal kurz ab ne ne du redest nicht mit mir mit vorm mund dann irgendwie neuer ich dich guck anstatt mit mir zu regnen ist er eiskalt weiter kann ich den hotkey irgendwie nicht verkürzen ich hab verstanden bibi ist verstanden du hast meinen potzenlecker beleidigt ich dachte das wärst du ja weißt du wo ich lecken gelernt hab man einer das muss ich nicht wissen von ihm nein von den leckenmuscheln was laberst du das ist doch nicht dein ernst das ist mein ernst glaub ich dir nicht so ich werde jetzt auflänge bis die tage alles klein hallo schlaf gut die spaß morgen auf arbeit isst du schon wieder diese pizza rollchen selbstgemachte pizza nein 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 vielen dank der lufe denn der bild noch mal mein nächster trip ist münchen vielen vielen dank zuerst kommt salva dran und dann gucke ich weiter sie hat gefragt wann wir wieder nach hamburg kommen ich muss eigentlich auch noch mal was essen ey ich hab nix mehr da ich hab schon gegessen aber ich hab so bock wieder um meine nutel weiter zu essen hat er keinen bock einzukaufen weißt du an was beppo mich erinnert ein kung fu panda wieso an den panda wär wieso da ist auch immer nudeln ich guck mal kurz was ich so snacken ab ich bin sofort wieder da warum schüttelst du den kopf ja du mich ja du du hast den kopf geschüttelt guten ich guck dich die ganze zeit an wegen dir verschlucke ich mich noch dann ist ordentlich was hast du denn eine margarita eine selbstgemachte kauf zuerst und dann reden bitte ich muss morgen nochmal einkaufen gehen pixel moin ich hab keine antwort hi pixel hallo moin ja ja k cool den kaputt man das ist schon alles kalt draußen um zu rauchen mir war heute übelst warm auf der arbeit übertrieben ja ich mach auch nochmal kurz Fenster auf und dann können wir noch ein zwei runden dabbeln und dann ich lass panda erstmal zu ende essen nein nein salva du gehst du gehst ohne hand vor den mund du redest mit vollem mund okay lass ihn doch nein 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 er muss er muss nein salva er ist groß und alt genug nein er ist älter als du jetzt jetzt du hast runter geschluckt guck jetzt ist er weiter anstatt zu reden er will auch gar nicht mit euch reden er redet danach mit euch ja ja wie wir hier ich mag das halt nicht wenn man mit vollem mund so so rede das kann außerdem wenn es ihn stört dass ich das mache kann er mir auch sagen ich soll mich ins knie ficken gehen macht aber nicht also stürzen ja nicht nur bitte kreischen wenn es länger sein teller zurückbringen baby ist nicht da bitte beeilen sie sich bitte beeilen sie sich lieber herr salva ich muss mir morgen neues monster kaufen mein kühlschrank ist schwer wisst ihr was mir heute passiert ist wirst du uns bestimmt jetzt sagen ich muss ein programm testen sie wollen so updates machen von unserem programm und ich so voll ich dachte mir okay machst du das später hat das programm aufgemacht habe ich weitergearbeitet in einem anderen programm nach dem richtigen und ich plötzlich so hey los ja ich habe die ganze zeit im falschen programm gearbeitet und musste dann alles neu machen meinte ich so das programm läuft so gut kann ich mich bei spotify mit freunden ja es war wirklich so moment na ich muss die ganze scheiße neu machen ja man kann sie mit seinen freunden verbinden auf spotify du folgst einfach deinen freunden und dann kannst du auch zum beispiel wenn die handys nebeneinander sind kann man es ja die playlist sich austauschen so genau du kannst du bist dann bearbeiten zusammen kannst du eine literin machen der ja aber dann schickt mir doch einfach die playlist wir schnappen nachher noch mal sabrina dann erzähle ich sie Kann ich sie nicht zeigen Joke er voll kimmelt das mega praktisch von seiner party bei so einem apparat aus urgeschlossen wo spotify lebt dass sie dann schüttere kommt aus den liter trupp checken ja ich gehe auch so oft auf eine party leute ich bin voll dass der party hamster Ja ja der funktion ich gucke ihn doch an mann mann wird stresst du die leute Die ganze zeit für diesen äh ausrufe zeichnen keine ahnung Keine ahnung Nein nein Das ist noch mal panda Du kannst dein stream nicht aktiv sehen weil er schaltet automatisch auf sparmodus wenn du was anderes machst Die anderen sehen es aber Ja Oh ok Alter die anderen sind ein kompletter clan Ja Sabrina ich vermeide es auf Partys zu gehen Du musst mir oft raus gehen Nein ich bin gerne drin Du musst auf den Dächern aufpassen glaube ich Wie komme ich denn hoch auf ein Dach Ja Wetter Mit Trappen Na ich möchte auch auf ein Dach Fängt schon mal so gut an Alter die sind schon oben aufs Dach Oh mein Gott rechts von uns Ich bin so weit agent Warum hat Marcel eine pinke Waffe Die finde ich nur ist Weil er pink mag Wie wie bist du tot Ja ne Oh Digger Oh Digger GG GG Guys GG Ne ich hab den Ton aus sonst werde ich angeschrien Das hat sich einer aus dem Gegnerteam diese Kettensäge geholt Von Doom? Ja Oh geil Ich hab so Angst Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Digger 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 ich mach einfach nur Hitmark alter Digger Digger Warum immer ich die letzte Sooo Die befinden sich östlich des Pentagon Und nähern sich dem Bereich der Blacktar Nein 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 Lass mich doch nicht als Letzte lohnen Du Rehschwester Die neue Blacktar Waffe Zum Battle Pass Ich bin nur die Wand entlang geschlichen ne die ganze Zeit Oh Rookie Rookie das Highlight Der will nur essen Soll zur Küste patrouillieren Er könnte ihn abgesetzt haben Ich fühl das Rookie Ich fühl das Oh mein Gott Du Hurenkind Okay Woah Boom Guck Digger wieso so schnell ich muss mich konzentrieren ich flirte gerade mit dem hund und kim senior ist gerade im discord das ist doch nicht kem senior das ist pixel ja schon das ist jemand auf was hält sie hört sich nicht bis zu gemütet oder so was ich habe meinen mikrofon noch nicht ich bin ja eigentlich starb ich weiß nicht warum ist mein hotkey auch in obs schd signal entdeckt es ist er jetzt wach geworden oder warum ist er jetzt so maschine irgend so ein mate von uns keine ahnung wer ja leute ich nehme sie meine fresse nimm die bombe mit hey das gibst du nicht an meinem akkohen bb wo ja in der mitte mit einer mit schottgang hinter dir sind zwei stück ich kann noch mal zu sehen ich kenne die maps nicht ich kenne die ganzen auch nicht es ist halt für schicke spiel ich konnte mir denken die kleine ähneln in der über mir einkommen ist der schwierige teil daran besonders da die wissen dass sie kommen ich kann versuchen wir abzulenken das färbt ab ich mich wieder elektronisches gerät erkannt nein 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 Nein! Fui! Mann! So eine elende Hover, Mann! Die Blacktasks, während sie das Gebäude infiltrieren. Ja, wir haben auch einen Mitglieder, der bleibt selbst einfach. Die liebe ich am meisten. Ja, schon, schon. Ich wusste, dass du von da kommst, du elende Hover. Sie sind alle beieinander. Da ist rechts noch einer gewesen, Marcel, auf dem Dach. Ja, die können nicht komischerweise schneller schießen als wir. Das funktioniert nicht. Da ist ein Fail. Ja, Marcel, du bist gemutet im Discord. Ja, ich weiß. Bis dann, Sabrina. Antenne. Fangen wir jetzt schon so an und enden die Sätze von dem anderen. Noch einer. Der war bei mir irgendwo. Der hat Claymore platziert. Der kleine Bastard ist im Haus. Gar nichts verstanden. Der ist im Haus. Der ist im Haus. Ja, mit ner Pump, Alter. Leute, ihr sagt dem Haus, wir sind 10.000 Häuser. Ich sag mal. Alter. Ähm. Komm ich da irgendwie anders rein? Weil ich sag, ich lauf ihn mehr als irgendwie. Der hört sich, der ist immer so. So, sag mir das doch früher. Hab doch gesagt. Bibi, aber bevor er mich schon getroffen hat. Ja. So spät als nie. Du bist so ein elender Bastard mit deiner ekelhaften Scheiß fucking. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Du bist so ein elender Bastard. Echt. Ah, der Typ, der hat das ganze Team gecarried. So eine hole, dann mach ich noch. Und dann bring ich auch weg. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ohne den wären sie sowieso nicht weitergekommen. Ohne den wären sie sowieso nicht weitergekommen. Ich will wieder mal ein mb3 haben. Machst du dich noch gedulden? Nicht mehr so lange. Ja. Ich glaube, ich hab Dylan's Wage aufgenommen. Ich sagte, verschaffen Sie sich Zugang. Nicht sprengen Sie das Pentagon. Dann packen Sie einfach mal aus. Schauen Sie mal nach, was wir jetzt mal so machen. Abschuss bestätigt. Kein Ziele eliminiert. Sie sollten da rein. Schnell. Du bist nicht verarschen. Ich treff dich doch. Egal. Ich darf mich nicht auflegen. Baby, es hat keinen Sonnen. Das ist nur ein elendes, dreckiges Spiel. Das ist nur ein elendes, dreckiges Spiel. Okay. Okay, okay, okay. Bleib ruhig selber. Ist nichts passiert. Da liegt einer oben auf dem Boden zu campen. An der Ecke. Ich geb die ganze Zeit den Marker. Das fuck nicht ab. Jetzt weißt du, wie ich mich im mw3 gefühlt hab. Ja, aber mit der Sniper ist der Wahnsinn. Ja. Ja, du motherfucker. Ich deinstelliere das Spiel. Kann doch nicht sein. Oh ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Überall Hitmarkers. Überall, egal was du machst hier. Ich fand das lustig. Du auch? Der Typ ist mir in die Flinte gelaufen. Ich fand das lustig. Ich hab ihn gefragt, ob er das auch lustig fand. Ach kacke, da kann noch einer raus. Das hat keinen Sinn. Bei COD4 war die mal cool. Der Kerl hat einen Scaf-Controller. Das könnte er sich nicht so hinlegen wie selber. Einer liegt auf der Treppe und campt. Der ist One-Shot. Ich hoffe, dieser Kriecher-Hunter kriegt's. Kriegt's. Ja, die haben mehr Glück hat verstanden. Die Leute. Ja. Hey, Wahnsinn. Ich bin normalerweise kein schlechter Spieler. Bin ich nicht. Aber das kann es nicht sein, dass ich die ganze Zeit Hitmarker gebe. Das gibt's nicht. Dann frag ich mich, wo das Fireplay ist. Das ist weiter. Der Mond ist geschützt. Vorsicht. Naja, nicht gesehen. Ich fühl mein Skin so kurz. Sitzt du fast noch. Man, dieses kacke Shit muss er weg, ey. Ich bin so rein dran. Kann mir einer Monitor mitbringen, bitte? Ich bin oben. Ich bin oben. Oh, in der Mitte. Ach. Ich habe noch einen Kill. Ich habe noch einen Kill. Ich habe einen B-Fall. Hier, wo du? Ah, hier. Okay. Ach, Mann. Ich hoffe, du stirbst. Ach, Mann. Pass auf, Frau Gänse. Nein! Und mein fucking VTOL. Jedes Mal das Gleiche, ey. Ja, pack den Eis. Die Fiskats. Sein eh schon loser. Ja, aber das stimmt mit meinem Windows nicht. Ich habe die ganze Zeit so einen scheiß Windows-Sound. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt mit meinem Windows nicht. Ich habe die ganze Zeit so einen scheiß Windows-Sound. Ja, das stimmt. Ja, du ekliger, du ekliger. Ja, das hat keinen Sinn, Mann. Leider nicht vorn schaut. Oh, ey. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Virus uns hier erreicht. Ich hörte, dass Bill und Mikkel die Grippe haben und deshalb... Ich sehe die nicht. Ich sehe die nicht. Ja, das sind schlechte Nachrichten. Sowohl für Sie als auch für das Buch. Das Wort hat so viele Länger auf dem Eintritt. Die Black Tasts haben schweres Bohrgerät auf den Innenhof geflogen. Sie müssen diese Operation ausschalten und daran hindern zu bergen... Die spielt ja nicht mehr. Nein, die Höhen hat das Knöckchen. Ich tue, was ich kann, um sie zu unterstützen. Warum? Ich schieße dir doch auf den Kopf, Mann. Ich will mein MB3 haben. Unbedingt. Ich flipp's sonst aus. Ja, bravo. Hat mich geklackt einfach. und dieses Rollswerk auch hat... Hey, wir müssen den Bogen für die Gäste ausrechnen. Mein Name ist nicht das Problem. Der Bogen für die Gäste ausrechnen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Die Gäste ausrechnen. Ich bin. Die Gäste ausrechnen. Ich bin. Ich bin. Das ist. Finden Sie einen Ersatz. Ihr könnt gerne weiterspielen, aber ich nicht, weil sonst mach ich meinen Controller kaputt. Nö, bei mir war es jetzt Ende. Ich guck nach wem ich wälde und dann... Sonst schmeiß ich den Controller hier an die nächste Galaxie. Wer ist denn so online? Ich mag mich nicht, wenn ich Call of Duty spiele. Echt? Na komm. Unnötiges Geld raus, ja. Redet gerade die Richtige, die gerade eben Geld eingehen. Wieso? Ich hatte 5000 Punkte. Oha, was hast du damit gemacht? Ich habe gekauft. Ich habe gekauft. Oha danke! Tschöö Sind wir ne bewię Я�s. Tschöö. Bis zum nächst Mal. Bis zum nächsten Mal. gegnerische kommunikationen abgefangen die sonne gekommen moin leute so ich wünsche euch auch noch viel spaß bis die tage er muss noch sabrina anrufen gut dann müssen wir es mal so 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 er soll anscheinend noch einmal reinkommen wann Marcel hat es einmal gesagt bei dem jahre ich auch ja darum ich fürchte dass wir keinen virus datikum kriegen man kann kein gegenmittel ohne das mittel herstellen das sieht auch nicht schrecklich aus wenn wir hier nämlich auch herum bleiben nicht so das sieht original aus wie ein motherfuckern ja so so kann man sich diese scheiß co2 punkte kaufen co2 points kann man nicht kann man nicht nein du brauchst das nicht guck das ist das lädt einfach nicht bei dir das ist ein zeichen von gott ich merke ich merke dreizehn tausend 200 euro schnäppchen wenn du das machst dann schlag ich mir eins im gesicht hätte ich schon lieber dass er co2 punkte kippen kippen kann ich ihn noch kann ich ihn beruhigen das machst du jetzt nicht erwarte was könnte ich mir mit 13 von uns kaufen mit 13.000 er liegt sich auf das hotel in luxemburg wäre zu teuer aber dafür ballert er den scheiß raus naja du kannst du ein paar sets kaufen und die kleine fahrze hier die gefällt mir man ich weiß nicht und alleine diese er war nächsten monat kommt schon nix der kürt okay du kannst du halt die skins rüber nehmen geht es ja das wurde bestätigt aber ich meine die skins nicht die waffen ja ja die skins da muss ich denn hier holen verdammt das habe ich ein schlechtes gewissen dass ich über jemanden mir geschenkt habe und wie geht es hier sie haben den hoch erreicht schalten sie den bohrer mit den sprengsätzen aus ich habe jetzt 20 euro für einen skin dann machen wir witze Weißt du, wie viel ich zahle für Beikäfte, die MOBA für ein Waffen-Skin. Je nachdem, 155. Ja, du bist nicht normal. 155 Euro für 151. Was sagst du? Na gut, äh, ich spiel das Spiel auch schon ziemlich lange. Dafür 155, also im Ganzen habe ich 4000 ins Spiel investiert. Warum MOBA, Mann? Warum MOBA, Mann? Weil ich das kompetitiv spiele. Was sagst du? Was ist das? Hallo Leute! Was ist das? Was ist das? Das ist, wenn du bist. Ich gehe nicht zu. Ich gehe nicht zu. Ich vermisse von Ende 3. 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 Ich streame nicht mehr ohne dich. Wir machen ab heute nur noch Sachen gemeinsam. Wir gehen zusammen kacken. Wir gehen zusammen raus Klo. Wir gehen pissen. Wir essen zusammen. Wir trinken gemeinsam. Nie mehr ohne dich. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Das funktioniert nicht. Ich habe ohne dich getrunken. Ich vermisse von Ende 3. Du bist mir fremd gegangen. Anzeige ist raus. Was? Ich gucke in eiskalt nochmal. Unverständlich. Du kannst doch froh sein, dass es kein Red Bull ist. ich schenke welche wenn du hier bist ich habe voll den plan wenn du kommst ein plan möchte ich wissen mir sollte gesagt wenn ich da bin dann hast du einen plan ich kann es dir eigentlich zeigen besondere unterwäsche natürlich nur für dich bravo die körper struktur ist an ihnen bei der die körper Bibi, hast du Stackball? Ich. Hast du das Spiel, hast du Stackball? Nein. das werde ich nicht machen das werde ich auch nicht ich renne nicht mit ihr durchs halbe land guck nein 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 ob er feiern guck guckst du pixel kann ja auch gucken also guck also wir haben mega geile wurden aber das ist mir zu weit weg das kannst du aufklicken aber ja das musst du im sommer machen wir sehen sind das müller da lassen so also hier ist die stadt das ist zum beispiel die kathedrale die kirche da kannst du reingehen das von hübsch mein tätowierer ist nur eine straße da kann es können wir hingehen wenn du willst es nicht alles in der stadt das ist wo die große wo die königsfamilie eigentlich wohnt wir sind die sind echt da die sind echt sie sind aber jetzt zu für also eine führung aber ich war schon mal drin ist nicht extra das ist zu teuer sind sie ist die fotze das sehen die sowieso in der stadt weil das ist sofort neben der kathedrale weil hier ist der bahnhof und die kathedrale liegt hier ja und da würfen die werfen die leute das zeige ich dir auch das sind die das weiß ich nicht ob du da rein willst das musst du mir sagen die kasematten also eigentlich ist luxemburg ne burg also die stadt ist immer noch ne burg das heißt all das hier ist noch burg und da sind gänge drin das sind diese gänge und diesen gingen hatten wir früher unsere kanonen und so stehen um draußen halt anzugreifen da könnten wir auch rein gehen das müssen wir sagen weil das muss ich aber ja so das ist unser wahrzeichen das ist die gölle frau goldene frau die ist echt aufs gold da oben das wirst du sowieso sehen da können wir auch hin wenn ich raus finde wie man da hinkommt aber ich komme nicht hin das ist auch alles dabei das könnten wir eigentlich auch da müssen wir mit dem auto hin das hat alles das ist alles verbunden mit der stadt wenn du durch die stadt gehst siehst du das automatisch alles auch ja hier haben wir manchmal sowieso festival genau weil wenn du hier sind die und wenn du hier hoch fährst dann kommst du genau das ja wir haben ultra coolen aufzug so ein panorama durchsichtigen auf aufzug ja das ist die altstadt ich erklärte sie kann sie kann aber auch die backe halten und das sind die kasselaten guck da gehst du da rein außen ist sowieso weil wir fahren wir fahren dabei guck hier ist der aufzug der ist neu panorama aufzug bleibt 100 mal stecken aber ja wir haben noch die philharmonie ich kann die philharmonie da sind wir mal skateboarden gegangen also es ist eigentlich da kommen oft die jason schlägen nein ich will nicht mit dir in ein museum jetzt knicken 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 echt gute restaurante zu teuer zu teuer guck seit 2022 sind alle öffentlichen verkehrsmittel in luxemburg kostenlos das bedeutet dass du den bussen waren mit rams im gesamten land kostenlos das ist eigentlich echt gut war ich kann dir das alles geben zum ersten wieder da jetzt mal gerne wohnen ich will den solverkönig einer gar nicht anstecken hat ihn sich nicht zu können und hier steht hier steht mit garten wohnen karkäse riechens bastetchen karkäse und buchse manche definitiv karkäse proposieren weil da das ein Brotidee geht und wirklich nimmt man alle zu wischen das ist ekelhaft ich fand geil also das ist so ein Geschmackssache also die einen fand geil die anderen vollen scheiße also äh ich muss nicht für sich aber ein geil so smart äh kachkaisers wirklich mega schon die zwei gärten aber schon am liebsten zweiten kachkais den flüssigen aber nicht den wo an der wurscht ist Bibi da wohnt ich auch mit ihr hin das ist an der der wenn mein scheiß gehen würde ich glaube ich liebe sowas ich guck dir das an aber wir haben Beppo das den Urteil du den Urteil den die mega geil in der Wasser denken du Hurti guck das wie heißt das Hotel wo ist das nochmal URSPÖLT URSPÖLT das geschlossen URSPÖLT guck dir das an ich war noch nie da geil ne aber das soll so wunderschön sein ich schwör guck wie hübsch das ist ich schwör guck wie hübsch das ist ja Bibi guck was ist aber noch ähm Massage und so das ist ein Spa guck dir das an ich werde das irgendwann machen nur wenn ich alleine machen muss was haben wir machen dann werden wir unsere erste Nacht verbringen ja die Stadt sieht halt größtenteils so aus ja alles genau ja das ist jetzt nicht ja das ist jetzt nicht ja da wo ich lebe das ist das nicht ja muss schon in die Gegend wo ich herkomme ich bin vom Süden der ist das schöner die Stadt Luxemburg ist nicht schön der dreckigste Eck in Luxemburg ist Süden wenn dann gehst du in den Norden oder bald Musel na hier ist an den Hof die Norden die haben ja nicht mal ein Supermarkt nein 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 sie sind stängergeil sie sind alles gewonnen sie sind alles gewonnen sie sind DePaul Center wow ja super nicht DePaul Center sie sind ein ganz Knackhaus Center gewonnen Palais Granducal Kathedrale Gallefra Aderf Barriogrund Schema de la Corniche Kasematz wo ist denn das? Was Absicht Naja auf jeden fall das weiß ich wo das alles ist plus minu ich kenn nicht viel in Luxemburg Was sind denn die schönsten Orte in Luxembourg? Kasematte. Jo. Wir gehen da hin. Ach guck wie hübsch das ist. Da gehen wir hin. Ok. Wir gehen und müssen die Minen zerrücken. Ha? Das ist doch keiner. Kerz. Was? Ähm, mehr Remisch, Papo. Jo, Remisch auch schön. Es geht immerhin schon Remisch. Ich brauche sehr. Elektronisches Schloss entdeckt. Promenären. Ähm, ich würde sagen, das ist das Beste, was man machen kann, ne? Als man will. Naja, also ich habe das schon mit einem Arbeitskollegen geplant. Der hat mir echt viel gesagt. Er meinte aber sofort, äh, Remisch. Ja, wann willst du nach Luxembourg? Auf jeden Fall. Da kannst du überträgen. Ich spüße. Immer liebe Scheiße. Trinkst du gerne Wein? Ja. Ich wäre in Luxembourg, weil du dich besaufen hast. Ja. Und da muss er ja. Erste Nacht. Erste Nacht. Erste Nacht. Also. Und ich, ich mag nicht da hinfahren, weil mein Auto immer... Ja. Du musst jetzt fast gehen, das ist ja nicht schlimm. Feiern. Ja, bisschen trippeln. Ja, bisschen trippeln. Feiern da von mir. Feiern da, ist mega schön. Oh. Ich mag kein Foto von der Großkarte. Wie heißt das? Weil ich guck einfach, wo Galerie Lafayette ist. Ja, diese Scheiße wurde gebaut bei uns. Und niemand geht rein. Ja, kein Wunder. Der Galerie Lafayette ist doch wirklich so ein Schnösel. Okay. Ja, aber es ist halt extra für Salva. Das sind Schnösel von anderen Liegenden. Also verdienen auch ganz anderes Geld. Nein. Galerie Lafayette ist halt die großen Marken. Was, was nennen wir die großen Marken? Weil wir haben alle die großen Marken in der Straße. Weißt du, willst ja nur ein Hosengürtel kaufen. Ja, Schnäppchenpreis. 600 Euro. Na, aber wie, wie, wie heißt sie eine? Ah, hi. Ja, so sie, genau. Und da haben wir fast nur teure. Was haben wir mittlerweile da alles? Prada, Gucci, Louis Vuitton. Da kannst du als Normalsterblicher nix mehr kaufen. Deutschen Cabana haben wir auch, stimmt. Ja, und die Qualität ist sehr schlimmer, als wenn du die Sache vom Kick kaufst. Da, da habe ich immer, da, da saß ich immer. Wie ein Penner vor allem. Ich kenne die billigen Ecken. Sehr, sehr, sehr vorbildlich. Ja, was soll ich denn sagen? Ich, ähm, ich, ich gehe auch mit ihm wahrscheinlich in, ähm, City Concord. Das ist noch geil, das ist noch, es ist so halb halb. Es ist etwas teuer, aber nicht übertrieben. Ja. Ich sehe nicht den Sinn mit ihm in Oshan zu gehen. Warte, du bist heiß. Cool, der Keir spielt auch cool. Wo sind alle, es ist hier und da, Hagen, Bam und Zahra. Ja, war auch für Aktivitäten zu machen, also für mich cool. Ja, okay, aber guck zum Beispiel in das, es kommt doch bitte erst gut. Club 86. Er ist ja so Schuhfanatiker in Scoop, da, da fällt er um. Und Bram, Beunegar, RB Chaussure. Und ich habe da gearbeitet, ich kenne die Geschäfte auswendig im Kopf. Alleine das, alleine das ja schon, ähm, Club 86, er hat auch, ähm, Version Original. Wir haben noch Trier um die Ecke, also das ist auch nicht weit, wenn ihr da gehen möchtet. Okay, ist ne geile Stadt. Ich unterstütze euch. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch Trier. Was haben wir noch? Ist halt im Sommer, im Sommer hast du mehr bei uns als im Winter. Es ist ja noch nicht richtiger Winter, weil wir, wir haben ja noch nicht, ähm. Wir sind Herbst, wir sind auch nicht Winter. Ja, ne, das Problem ist, wir haben Dingens nicht, äh, wir haben Kuckelscheuer. Okay. Und da ist die schon offen. Kuckelscheuer kannst du aber schon gut ein. Kommen wir auch mal weiter raus. Das ist halt das Problem. Das habe ich gemeint, Alter, mit diesem scheiß Rift-Stick. Das mal, wenn das offen ist. Welches Datum kommst du? Gucken wir noch. Na ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich erst alles nächste Woche planen? Ja. Weiter, ich weiß auf jeden Fall zu 100 Prozent. Ich kann echt gehen. Es ist schon offen. Bibi, wir können Schlitzhof fahren gehen, wenn du willst. Ja. Ich kann gerne. Ach Mann, das ist toll. Du willst nur, dass ich aufs Moll fliege. Nein. Nein, ich kann Schlitzhof fahren. Und, ähm, das andere. Holab weg. Holab weg. Holab weg. Solang wenn ich... Ja, aber das Problem ist halt, das Problem ist halt, weißt du, ich kann ja einen Abend euch mit einplanen, ne? Du Beppo und so. Ja. Aber die Sache ist halt, wie, wie kriege ich euch zusammen? Weil ich würde ja dann auch schon, ähm, dich... Kim weiß ich nicht einmal. Alessandra. Oh, Pekanier ist. Aber doch nicht. Kannst auch nicht den ich Pekanier essen gehen. Vielleicht mag ich das einfach gar nicht. Magst du Fleisch? Ja. Ja. Viel Fleisch? Ja. All you can eat Fleisch. All you can eat Fleisch. All you can eat, ah, ne, da bin ich kein Fan, Alter, über den ganzen Japsen. Nein, 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 es ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Aber du kannst dich satt essen, bis du Platz. Ja, ich kann das. Es ist, äh, es ist kein Buffet. Es ist, äh, qualitatives Fleisch und der Typ, der kommt immer ans Tisch und schneidet es dir frisch. Ja, das ist so ein Spieß, der ständig in der Küche dreht. Und der kommt dann halt immer wieder an den Tisch und schneidet es neu ab. Und du isst das aber mit schwarzen Bohnen. Du musst es nicht essen. Du musst es nicht essen. Du hast auch noch Reis dabei. Du kriegst viele Beulagen. Also die Bohnen haben mich schockiert, nachdem du mir erklärt hast, was in den Bohnen drin ist. Aber du, die Bohnen haben dir doch immer geschmeckt. Ja, aber ich wusste nicht, dass da, dass da Oktopus drin ist. Es ist nur die Tinte drin, kein Oktopus. I know, aber das hat mich so angeekelt, nachdem du mir das gesagt hast. Ja. Bibi, es schmeckt ultra geil. Aber jetzt, wo er es mir gesagt hat. Aber was hast du geglaubt, dass Dinge schwach sind? Keine Ahnung, aber du hast mir das gesagt. Und, 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 und. Kevin wusstest du es. Ja, aber einmal im Leben, wo Kevin das weiß. Ja, hu. Sonst peilt er überhaupt nichts im Leben. Hast du ein Foto gemacht vom Essen? Äh, vom Pekania. Ja. Ja, kann ich ihn auf den Server schicken. Oder, ne, ich schicke es dir direkt. Hier, Bibi, guck. Ich halte ihm das da hin, bis er guckt. Hör auf, ich schicke ihm jetzt ein Ding, das sieht jetzt besser. Da können wir hin essen, ich bezahle dir das auch, weil das ist nicht geschenkt. Und, ähm, nach dem Essen kriegst du... Ähm, von, ähm... Ja, ein Foto geschickt. C'est quoi ça, le, le... Thangvayu? Äh, persönlich. Ah, un, 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 un. Äh, Alkohol. Ist es Alkohol? Ja, das kein, äh, das kein Zimt, weil nämlich, äh, sonst gefährden nicht zu brennen, wenn es da munter ist. Das ist mega süß, aber durch ein Licht brennen, äh, sie machen sicher Likör drüber. Aber ich schwöre, die Bibi, das ist so, ich fresse mich an Ananas eher satt als am Fleisch. Das können wir machen, wenn wir früh genug reservieren, können wir das machen. Also, Bepo geht bestimmt nicht. Ja, das hat ja geschmeckt. Ich hoffe doch irgendwie, ich hoffe doch gibt's die italienischen Kaffee. Ich glaub schon, oder? Ich glaub, Kaffee. Yeah, Kaffee kriegst du. Ja, kann ich nicht. Kaffee, nimm dir immer Kaffee. Picanha ist eigentlich aus der brasilianischen Kultur. Ist aber echt geil, wie die... Okay. Schaff gut. Tschüss Pixel. Tschö, tschö. Danke. Tschö. Ne, Picanha ist schon was geiles. Ja, oh ja. Und ich komm jedes Mal nach Hause und kotze. Ja, das kann ich ja dann nicht. Ich hab ja dann Besuch von Salva. Ich darf dann drei Tage lang nicht kotzen. Ich darf dann drei Tage lang nicht kotzen. Elektromagnetische Interferenz entdeckt. Guck, ich kann es nicht erst mal. Maschine, einfach. Schau, das meint sich mit dem fucking Rift Stick, Mann. Deshalb spiel ich den Scheiß auch nicht mehr. Dann hör doch auf. Ich mach dich einfach nur sauer. Ich mach den Stick da nicht hin. Nein. Ich hab für mich schon dringend. Nein, ey. Nein. Bibi. Luft, Luft, Luft holen. Wir liegen gerade in Führung, aber wenn die Feuerwehr was wild zu machen... Nein, die machen jetzt fertig, Alter. Wenn die den Reckwahl jetzt nachlegen, haben wir verloren. Wie? Ich kann hier in keine Deckung durch. Ja. Wir haben jetzt angefangen. System wieder online. Komm, holt euch den. Bitte, bitte. Macht ihr Scheiß. System Fehlfunktion. Kein Lebenszeichen bei... Agent. Ja, nein. Wir haben jetzt vorgenommen, glaube ich. Wir haben jetzt vorgenommen, glaube ich. Ja, das... Komplo. Verwindung hergestellt. Komm, 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 komm. Liegt sich. Elektromagnetische Interferenz entdeckt. Jawoll. Ihr wolltet doch nicht etwa dieses Division-Spielzeug nutzen? Ja, nein. Bitte, ey. Oh, wir sind zu eng gewesen, ist ganz zu eng. Ich bin zu eng gewesen. Es ist zu eng gewesen, einfach nicht. Warum? Warum ist das denn wirklich quasi Diplomat? Bulas? Ich bin zu immer hinterher. System sind unterbrochen. Verlaufen... Wenn du aggressiv wirst, wirst du jetzt auch. Ich werde nicht aggressiv. Das Problem ist einfach nur, dass ich den Scheiß packen stick. Dann hör auf. So eine ekelhafte Arschgeige. Ein Freund von Salva. Ja, ich freue mich abonniere nur, wenn du das System unterbruchst. Oha. Ach, Mann. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, normalerweise kommt dein T-Shirt wenigstens mit hoch. System wiederhergestellt. Danke. Aber einen Hardruck-Café haben wir nicht, tut mir leid. Aber in Paris. Ja, dann musst du noch einmal nach Paris fahren. Ich bin nächste Woche in Paris. Also, diese Woche. Hier, Beppo kann die eins mitbringen. Dann bringen wir eins mit dem Pullover und ein Kicke. Wenn du ihm das Geld nachher zurückgibst, ist das auch kein Problem. System. Bippo, kannst du mir ne Schneekugel mitbringen, ne kleine? So, ich muss gucken. Ich bin nicht im Zentrum von Paris. Aber wenn du eine findest. Und ich hab kein Auto dahinter. Ich geh ja mit dem... Eine kleine Schneekugel. Ich gucke. Ich hab nur eine für Disney Land. Ich hab nur eine für Disney Land. System 4 Funktion. Warte mal. Warte mal. Warte mal. System wiederhergestellt. System. Ich hab ja auch. Ich bin grad diesen Piranha. Nicht gut, ne? System wiederhorn rein. Oha. Ich hab was anzusehen. wir bringen jetzt ein neues die bringen das neue pokémon aus in drei tagen ist es da wird es im sonn sein oder muss man kaufen scheiss kapitalist ich glaube heutzutage muss alles kaufen bruder alles kostet geld ich möchte mich nach dir aber es ist wie du willst ich will nicht dass es nachher heißt weil sonst verziehe ich mich gleich ich weiß nicht mehr dass die mission hier so anstrengend ist ich will nicht mehr so weg ficken wenn ich so eine antwort bekommen will man schmecken nein die musst du gar nicht essen baby nein aber die pommes und deren reis kannst du essen und das von den bohnen willst du dass ich bekommen kriegst du kannst auch was anderes da essen wir haben eine riesengroße karte nur ständig darauf ein dass sie nur nie die apfeltorte habe die ist nie da ja sie haben immer eine apfeltorte auf der dessertkarte und jedes mal als wir jetzt da waren weil die nicht mehr da ist heute nicht da weißt du die war letztes mal auch schon nicht da und ich habe schon gesagt ich wette jetzt wenn wir wieder gehen wird sie wieder nicht da sein das ist so wie die eismaschine beim meckles die ist auch immer außer betrieb und wir haben noch scherze gemacht nehmen wir die apfeltorte die ist nicht mehr da aber wenn sie da ist werde ich sie definitiv mal holen weil ich möchte wissen wieso die immer ausverkauft ist ist die so geil die haben wahrscheinlich nur zehn stück der drohne wo max ist live Panisch! Ah, ich bremme! Ich bremme! Das ist nicht cool. Schau mal nach. Wettmann, der mitte ist bei Marcel. Dann weiß ich nicht. Spielt wieder Apex. Immer. Was? Der Max, der spielt immer Apex. Ja. Aber Max ist Diamantspieler. Oh Gott. Die Kontrolllage. Null Komma. Scheiße. Null Komma. Mensch, Junge. Fels. Jetzt habe ich Abi nicht mehr. Max hat so einen richtigen krassen Luxo-Akzent. Ja. Da hörst du echt, dass er Luxemburger ist. Max. Er guckt gerade gar nicht auf den Chat. Die Sache ist, egal was wir machen. Ich schicke immer meine Leute zu Max rüber. Ich mache Shout-Aus für Max. Ich mache... Wir machen sau viel für Max. Aber der kommt... Der kommt nicht über den einen Zuschauer hinaus. Ich glaube, er hat die Affiliate auch noch immer nicht. Nee. Wir machen echt viel damit da... Der ist übelst nett und der... Er redet nicht viel. Aber im Spiel, er ist echt eine Maschine. Also er ist eine Maschine. Sogar wenn wir mit ihm spielen... So bist du da. Ja gut, aber auch wenn man nicht viel spricht, hat man die Chance zu werten. Also bei Twitch... Äh... Elias hat am Anfang auch nie ein Wort gesprochen. Der hat einfach nur... Hole... FIFA gespielt. Naja, aber... Mit wem willst du auch sprechen? Du kannst nicht die ganze Zeit nur mit dir selbst sprechen. Es ist auch... Nee, Max spielt glaube ich schon mit einem Team. Mensch, wo ist die scheiße... Ähm... Redürt ohne... Fickt mich übelst. Was? Ich bin VIP bei Max. Oh... Oh... Das wusste ich ja gar nicht. Was ist er denn für ein Süßer? Ja... Was machen wir? Ich bin so dumm. Oh... Er ist so konzentriert auf sein Spiel. Er ist so konzentriert auf sein Spiel. Haha. Max, das war Dum. Haha. 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 Wow. 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 Man kann es richtig zu sehen. Oh... Ja. Wow. Sob. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die scheiß Drohne Drohne der Maraudeur-Klasse entdeckt Machst du jünger als ich? Ne, merkst du es älter? Ich dachte, ich werde reißen! Er spricht aber kein Deutsch oder so, ne? Doch, ich spreche Deutsch. Mensch, und wo werde ich übergefickt hier? Oh, schiebt mir, schiebt mir, schiebt mir, okay, dann sind die Fresse. Drohne der Maraudeur-Klasse entdeckt Hast du den luxemburgerchen Akzent? Er ist nur etwas so müde. Ich kann den nicht einmal! Drohne der Maraudeur-Klasse entdeckt Ne, also ich habe Max hier zu uns gebracht, weil wir haben ja die luxemburgische Swimmer-Seite Und, ähm, Max und ich haben nur so Zufall gefunden, ja, da hab ich uns wusste, aber er war auf der Zeit lang auch bei uns im Discord. Der kommt auch, wenn wir in Rufe, da kommt der in den. Ja, aber wir sind gerade auf dem Pandas, das ist Gott, deswegen kommt er wahrscheinlich nicht, ähm, auf meinen. Guck, das freut ihn. Das ist ja schon glücklich. Guck, das ist ja schon glücklich. Guck, das ist ja schon glücklich. Guck, das ist ja schon glücklich. Es gibt so viele Menschen, so, 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 so Menschen wie Max, gönne ich es von vollem Herzen, wenn der ein Raid von 100 Leuten bekommen würde. Chris würde ich das gar nicht gönnen. Daten wieder hergestellt, Übertragung. Okay, ich habe hier was. Das Support ist kein Wort, ne? Ich glaube, wir müssen Apex spielen. Was, Bibi? Wow. Ich habe es halt mit Avi sehr viel gespielt, aber ja, und dann mit Beppo? Ja. Das lustige ist, man kann sich von überall runterschmeißen. Ja, und dann haben wir Fortnite gespielt. Ja, das Problem ist, da sind nicht die... Doch, da sind die alte Map noch, oder? Warte, da sind die alte Map. Du hast mehrere Maps. Ja, die ändern jedes Mal. Ich hoffe, es sind so vier Maps. Das ist so... Das ist ein Perfusionsbioreaktor. Dank Ihnen haben wir ein Breitbandvirus-Taticum zum Verhindern eines neuen Ausbruchs. Aber wir haben zu wenig, um es zu verteilen. Dieses Ding löst das Problem. Entschuldigung. Es ist wichtig, dass wir es bergen. Aber es gibt noch ein Problem, das wir lösen müssen. Ja, Gesundheit, danke, Leute. Danke. Echt, danke. Ich hab's gar nicht gehört. Ja, ich mach das immer so. Ja, ich mach das immer so. Ja, ich mach das immer so. Das hat man gar nicht gehört. Das tun sie alles erfordert. Ich hab die Ausrüstung. Ich hab genießt. Dann Gesundheit, aber ich hab's echt nicht gehört. Ja, weil ich mache immer nur so. Bei mir ist es übel slow. Ich mach auch ganz oft, dass ich es einhalte. Und dann mach ich nur so. Das ist aber nicht gut, ne? Ich weiß. Da glaub ich immer, dass mein Hirn explodiert. Die Sache ist ja, ich hab ne angerissene Rippe. Ist sehr gefährlich. Wie wärst du Trübke raus? Mein Papa hat mich gebietscht. Aus Munkiewice. Kannst nicht machen, außer so ganz zu berechnen oder so zu losen. Ich bin mit Andre, dass ich zu Lefer einkei. Ganz gebrochen. Hm. Ich hab mal gebrochen, das ist wirklich nicht fähig. Also ich hab fehl, das ist schon gebrochen. Ah, mein, schon sind sie los seit 10 Euro oder so. Weißt du, die hast bestimmt aber schon... Irgendwie. Ich spiel, haben sie es immer so. Bibi, du kannst auch gerne mit Max einmal Apex spielen. Max ist cooler Typ. Ich muss mich hin, dass die wieder hineintasten. Ich war auch sehr, sehr pro in den Gang. Wie gesagt, Max ist echt korrekt. Also, gar nicht... Er regt sich auch gar nicht auf über irgendwas. Nö, er lochte eher mit dir, wenn du fällst. Ja. Er ist echt korrekt. Und wir haben über 3D Noobs gespielt. Ja, er hat uns gecarried, Mann. Der Bioreaktor ist unten im DARPA Labor. Diesmal wissen sie, dass sie kommen und auch wo sie hin wollen. Ich glaube, er versucht irgendeine Quest zu machen. Deswegen spielt er mit dieser Waffe. Nicht mit der Spitfire? Nein, so einem kleinen scheiß Teil. Sieht aus wie so eine Wahn... Wahnwaffe. Wahnwaffe. Oder Volvo. Oder Wingman. Das ist der Wingman. Der Wingman! Ich geh! Problem ist halt, Max kommt immer spät online, bleibt lange. Warum haben wir Max eigentlich nie gefragt, um Essen zu gehen? Max kommt ja auch hier. Stimmt. Ich glaube nicht, dass Max ein Mensch ist, der viel rausgeht. Er geht mir lieber sein Geld für seinen PC raus. Hast du seinen Monster PC gesehen? Ja, fast so ein starker Wisch. Barbar PC, man. Der hat ihn zusammengebaut und alles. Stück für Stück. Ja, ich sehe es, der eine 4090, mit 24 GB RAM, oder? Es müsste alles auf seinem Profil stehen. Ja, es steht ja. Aber ich weiß nicht, ob er 24 GB hat. Das ist der höchste Prozessor, den er hat. Fragst du ihn? Er hat einen i9-13er. Er hat einen neueren. Ich habe einen i9-12er. Ja, aber Max hat ihn ja auch erst vor ein paar Wochen gebaut. Ja. Was mich beim Max stört, ist, er hat kein Headset auf. Er hat echt nur seine AirPods. Ja. 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 Okay. Vielen Dank. Warte Wer soll dann alleine solo grinden und nicht so Die Chat-Lady Okay, Beppo Wir gehen rüber in mein Discord, wir gehen dann zu Max Okay Max ist drin Bibi, gehst du mit? Okay Ciao Sorry Max Wir haben ein bisschen extra für dich rübergekommen, sei es Ja, wo sieht er da komisch? Ne, und sie gesehen heute Wir waren da bei mal anderem Server Hallo Der Panda, der den ich gerade abonnent wird, den er so high Ah, cool Aus dem deutschen, aber Hallo 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 Hallo, schön, dass du da bist Ja, danke auch Wie gesagt, ich verstehe die Sprache nicht, aber ich bemühe mich sie zu verstehen Also normalerweise rede ich ja deutsch Also Soll ich doch in Schritte nimmst weh Normalerweise Ja, normalerweise Alles gut Alles gut Er hat auch Apex gespielt Ja? Und warum nicht mehr? Ja, die Zeiten sind um, dann kam wieder COD wieder raus und 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 Ich war bei Apex Pro, Mann Pro Achso Sehr, sehr stark gespielt Ich hab das aber zu lange nicht mehr gespielt Musst du mal mit Max spielen Jo Max ist Maschine Aber glaub, wenn man nur alleine Solo spielst, bist du besser dran, als wenn du Ah, gut ranket ist das bisschen, ja Oh Vier Minuten, vier Minuten, vier Minuten, leg die Zigarette weg, danke Bibi Ja Guck mich mal Ja, jetzt seh ich euch, ich hab die Kamera an Natürlich, ja freilich haben wir die Kamera an hier Du bist doch nicht alleine, Bub Ja, Beppo streamt auch nebenbei Ja Wie mach Hey, ich muss morgen live gehen, ey, ohne Scheiß Ja, das kannst du ja machen, Schatz Habe ich dich heute davon abgehalten Nein Ich bin sauber, dass sie meinen MP3 rausgeholt haben Welches Datum ist es und sind für, dass es rauskommt? Und zinkt dann Am 10. November kommt raus Ja Die sind voll die Wichser, die zählen mir morgen das Geld schon ab Hey? Ja, für die Vorbestellung auf Steam, die zählen die schon morgen das Geld ab Krass Ich glaub, wir haben sie schon für Tekken 8 eingezogen und das kommt im Januar für mein Geburtstag raus Das kommt im Januar für mein Geburtstag raus Ich hab im Januar Geburtstag Ich hab im Januar Geburtstag ja Aber den, den hast du dir vorgestellt Tekken Weil Tekken mir ja geil ist Ich liebe Tekken Tekken nicht schon geil, aber ich bin mehr Fan von Streetfighter Hm Ich bin mit Streetfighter Wolves geworden Ich hab eigentlich nicht mehr gespielt, mein letzter Tekken, was ich jemals gespielt hab Ich hab Tekken 7, das ich nebenbei spiele Ich hab hier so Funko Pops, guck von Tekken da Und da Gibt's nur immer noch diesen komischen Bruce Lee? Ja 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 Aber das Mortal Kombat fühle ich auch irgendwie mehr, weil das ist viel brutaler Das ist geil Wenn die Leute aufgerissen und Fatality Oder Brutality Ja Kommand Marks, soll er winnen Wir gucken da alle gönnen Alle gönnen, cool, merci Oh man Wow, ich muss mal das schlöcke Ich muss dich noch löcke Ich will mal VIP-status Gut Ich hab gesehen, ich bin VIP, merci Ja Ja Wie heißt man Affiliate? Fehlen da du nicht zu schlönen? Ja Da hat da auch noch was Ja Ja Kriegen wir auch hin Kriegen wir auch hin Ja Kriegen wir auch hin Kann man sich sofort holen Das ist ja ja nicht das War mal Partner ist verdammt schwierig Ja Bibi Affiliate ist aber mal der Anfang Das ist ja nicht so schlimm Er will es aber auf die normale Art und Weise machen Ja, aber wenn er es schlau macht, dann hat er es Er müsste sich einfach nur ein Handy holen Mit einer anderen IP-Adresse und einfach reinlöken und einer zu schlönen Aber da war es ein Durchschnitt von drei Ja 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 das weiß ich Einer brauchte ja noch Aber wir haben das mehrmals gemacht, dass ich drin war, dass Beppo drin war, dass Kevin drin war, dass Marcel drin war Demut ihr wachem ob acht Stunden mal drei Zuschauer sind Ich hatte innerhalb von drei Wochen Affiliate Ja, wenn du es direkt am Anfang machst, dann brauchst du nicht zu viel Weil dann geht es auch schneller Und das war auch bei mir halt das Problem mit dem VIP-Status Weil ich zu viele Stunden habe, ist es schwierig bei mir diese fünf Leute aktiv in Chat haben Ja ne, ich wurde wie Bibi gesagt geboostet Ich hatte einen Typen, der hat ähm Seine ganze Community immer zu mir geschickt Ging relativ schnell Aber bei Drates sehe ich dazu als aktive Zuschauer Ja, manchmal sehe ich auch, dass es nicht gezählt, also dass sie nicht angezeigt werde Ja, die Statistik ist manchmal voll für den Arsch Ja, deshalb hab ich eigentlich auch aufgehört zu streamen, weil mich das nervt Aber morgen fangen wir wieder an Ich muss auf die 400 kommen langsam Hand Auf die, welche 400? Ähm, Verlauer Du hast es jetzt eiskalt durchgezogen Oh Nein Bibi Auf deine rechte Arschbacke Küsst dich selbst Auf der linken Ja Du darfst rauchen Ich geh jetzt rauchen Ah, wenn man bald mal wieder wach ist, mein Bein ist eingepennt Ich zieh das dann auch immer so hinterher Ich glaube, er ist weg Ich denke, er rungen weg Ich denke, er rungen weg einmal nur das T-Shirt heben, glaube ich. Dann habe ich mehr als genug Follower. Ich wollte eigentlich normalerweise auf TikTok eigentlich offline streamen, aber ich komme da nicht. Obwohl ich die 4000 erreicht habe und so, bla bla bla. Aber... Ich finde das Programm von TikTok der größte Schmutz. Ja, es ist richtig scheiße. Aber es ist ja noch eine Beta. Ich feiere aber immer die Luxemburger auf TikTok, die sich da so anschreiben. Aber wie kommst du bitte... Ich habe den Kay nicht gefunden, also die Lizenzschlüssel auf TikTok finden. Wie? Also den Kay-Schlüssel. Nee, da gibt es den auch nicht. Du bist ja direkt... Du musst ja den Studio von TikTok nutzen und da meldest du dich mit deinem TikTok-Account an. Du musst TikTok-Live-Studio benutzen. Habe ich, aber ich komme nicht. Ich kann da nicht live gehen. Und ich habe die Berechtigung irgendwie... Oh... Ich erwarte, ich mache nochmal den Scheiß. Versuche es mal, weil nämlich... Eigentlich müsste es gehen, wenn du halt noch nicht... Wobei, du hast ja gesagt, du hast ja über die 1000... Dann müsste eigentlich die Aktivierung sein. Auto, außer du hattest ein Vergehen. Ich habe kein Vergehen. Nee, 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 wann hast du es... Wann hast du es versucht? Weil am Anfang musst du noch etwas machen. Du musst, glaube ich, eineinhalb Stunden... live sein. Ja, genau, sowas. Ja, Bibi, da musst du... Du, genau. Du musst einfach das Handy anschalten. Geh live. Stell dein Handy so, dass du den Bildschirm siehst, keine Ahnung, oder stellst vor ein Aquarium. Dann lässt du das so lange laufen und sobald die Stunde ab ist, kannst du über Live-Studio... Dann gehen wir mal gemeinsam alle live dort, Mann, Alter. Dann machen wir es gemeinsam. Warum? Vielleicht finden wir neue Freunde und dass die uns danach folgen. Brauche ich neue Freunde? Ja. Twitch? Nein. Da ist so ein komischer Typ, der mir gefolgt ist auf Twitch. Der heißt Panda Twitch TV. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, Mann. Der ist bestimmt der größte Depp auf Erden. Guck auf TikTok, ist ein richtig komischer Kerl. Ich habe fast mein Geburtsjahr. Ich bin bei 1990 Follower bei TikTok. Mir fehlt noch einer, dann habe ich mein Geburtsjahr. Ich bin bei 1424. Na, bin ich noch weit entfernt. Ja, Max, ich habe gekauft. Was hast du, gell? Gekauft. Ach so. Ich habe auch bei TikTok gekauft. Jetzt ist so schnell wie möglich, ich kann es nicht streamen. Aber ich habe fast das Doppelte wieder rein. Aber ich habe fast meine 1.000 gekauft. Fawela-Mikro. Fawela-Mikro. Also schau, bei mir ist es so. Anforderungen für die 7 Tage ist die Testphase. Du kannst Zugriff erhalten, wenn du die nächststehenden Anforderungen füllst. Du warst in den vergangenen 180 Tagen mindestens einmal für den mehrmals als 25 Mal live. Das muss ich erfüllen. Du musst einmal live gehen für 25 Minuten und stell dein Handy ans Fenster und film draußen die Straße. Das ist komisch, weil das habe ich nicht, äh, doch, ich hatte das einmal mit meinem anderen Account gemacht. Ja. Und hier die nächste Anforderung ist zum Beispiel hier, Anforderungen für den 180. Zugriff. Dein Zugriff wird nach der Testphase für 180 Tage verlängert, sofern die folgenden Bedienungen erfüllt sind. Dein Zugriff zum Live-Studio wurde während der Testphase nicht entzogen. Du gehst mit Live-Studio während der Testphase mindestens zweimal viel mehr als 25 Minuten live. Dein Zugriff wird nach dem Ablauf automatisch für die 180 Tage verlängert, sofern die folgenden Bedienungen erfüllt sind. Du bist mit Live-Studio mindestens zweimal viel mehr als 25 Minuten in den letzten 30 Tagen reifiger. Die können mir immer wieder den Zugriff ändern. Ja. Ja, aber das machen sie nicht, also. Also, wenn du regelmäßig streamst, dann geschieht da auch nichts, außer du hattest was Dummes gemacht. Ich habe das zwei Wochen durchgezogen, dann war es mir zu dumm. Aber gut, man muss ja aber auch 1000 Follower haben. Ja, mir die ganze für 5 ÖK auf dem Internet. Also. Ja, deswegen ist das nicht teuer. Das nicht weit, nee. Und wenn du baust die den Gnese Follower ab, bist du. Ja, schubalmig ist ein 1000 Euro verdinkt schon. Ja, weil recht von Systemen kannst du immer, wird sie leid gewonnen. Ja. Weil sonst geht das ja überall. Voilà. Da sind sie krähen, das ist praktisch unmöglicher Menge Namen. Crème de la crème, dann machen wir das hier. Gibt es hier eigentlich auch Alerts auf TikTok? Keine Ahnung, weil sie... Ja, du hast E-Mails und alles. Fucking Rosen, die fucking Diamanten. Ist man live geguckt auf TikTok? Okay, das muss ich dann später machen. Ja. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich find Schmutz. Ich hab's verstanden. Das heißt, der Schminger-League-Story wird den Community abzubauen. Ja, aber ich find Schmutz. Ja, du kriegst so schnell Geld, oder? Ja. Das ist nicht die Community, die ich haben will, sagen wir mal so. Ich verkaufe meine Seele an den Shetan. Ich hab letztens einen Titel für meinen Discord-Server gefunden. Wie war das nochmal? Es ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich musste halt daran denken an Erik und so. Das Land der tausend Probleme und nur Kim, die sie lösen kann. Jeder kommt zu mir, um sich auszuheulen. Ich mach' einen Kummerkasten Discord. Das wird bestimmt gut laufen. Ich mach' das so schlecht, dass er bei dir kennt, weil du wusstest, ey, wo der Kummer mich. Wo mach' ich denn den Kummer, Mann? Ich bin ne gute Seele. Okay, der Toner ist soweit richtig, soweit gut. Das Motto hat ein bisschen auch. Ich hoffe, ich denke mal... Gott, das sind ja erst Montag, ne? Stopp. Okay. bir pulse Gewer. Stopp. Hm. Jeet jekentiges jekennensific. Irgendwann straumachen ist nie dumm. Gramm onidadon. Das wäre richtig, ich wollte rauchen gehen. Stimmt. Ich hätte mich einfach nur nach der Woche am Müsieren pure neue Shortcuts auf dem TikTok abzulöten, weil es mich nervt, dass die Likes, die ich so küsse an dem Live, die gehen nicht auf den Account gezählt. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Tiktum, das nehmen wir für die Likes selber. Nehmen wir die Likes selber, du geseist die an den Statistik, aber die Leute gesehen die nicht, und die zählen auch nicht für ein Partnerschips zu kriegen. Nehmen die Likes von den Postzählen. Was sind die Rosen da? Das sind so, ähm, wie Bits kannst du nennen, weil nämlich sie müssen die kaufen, die Leute, und du kriegst die Münze gezählt, und ich meine, die 100 Münze entsprechen einem Euro. Und dann müsste ich nachher ein Käfer zum Beispiel... Oh, ein Bärbel. Was ist das? Ne, 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 ne. Ich habe ein Spielgeschweizler. Okay. Ähm. Oh, Junge. Die Konditionen sind noch für mich hart. Bei 10.000 Follower Erste Recht Partnerships kriegen Bei 100.000 Erste Recht der Nächste kriegen Mit Max ist es noch nicht so lange. Wie lange mache ich? Eine Woche? Eine Woche, knapp 1.000 Let's push together Ich gehe rauchen Oh Oh, so, 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 so Nee? Okay Come on Meine Ja, ja, deine Meine Ja, ja, deine Der Pulli wurde noch nicht versendet, Schatz Ja, du musst mir dann bitte sagen, wie die Qualität ist und wenn die scheiße ist, bitte den Schicksil zurück bitte Ah, Mann Bibi, ich hab dir mein Logo mal geschickt Vielleicht findest du da einen besseren Shop, wo du es machen kannst Und das würde mich sehr freuen heute, oder? Weil ich suche auch einen sehr guten Qualität, äh Beziehungsweise von einer ganz guten Qualität Weil ich würd mir ein Ding in 10, 20, 30 Stück kaufen und so, weißt? Und danach verkaufst du sie im Privatteil teuer Aber ich bin zu dumm dafür, uns das was zu finden Im Netz halt, keine Ahnung, weißt du? Du bist doch Expertin Ich glaube, du Natürlich Versicherungskaufsfrau und bla 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 Schieß mich tot, du hast Gewerbe, alles Geschäftsfrau einfach Und auch, wo ich durfte längst rauchen vor 30 Minuten Ich hab gesagt, du kannst rauchen und du hast, du hast gesagt, du hättest schon geraucht Wo ist das denn jetzt mein Fehler? Ich hab gar nicht geraucht Richtig, äh, Ding mal leider Ich... Ja dann warte jetzt noch 5 Minuten Du musst ja nicht auf mich hören, du kannst ja auch rauchen Du kannst ja rauchen, wenn du willst Du kannst ja rauchen, wenn du willst Ich glaub ich geh auch gleich ins Bett, wenn Beppo wieder da ist Ich glaub ich geh auch gleich ins Bett, wenn Beppo wieder da ist Du willst ja nicht alleine mit mir reden, dann kann ich auch nicht weg Wir können Bunga Bunga machen, dann ist auch kein Problem Ja, aber das ist die Quality Time Die brauch ich jeden Tag und du hast mir die heute weggenommen Ja, Blödsinn, ich hab sie dir nicht weggenommen Noch? Du wolltest bei Beppo bleiben Nein, mir war das egal Das heißt, ich bin, ich bin dir egal Hand Na... Mensch, ist das kalt draus Der Winter kommt Ja... Da rauche ich sogar noch schneller draus, dann ist wie üblich Wenigstens wird's beim PC nicht kalt Nö, der Ding ist genug Ich will gar nicht wissen, wie hoch deine Sturmrechnung ist. Hier in Frankreich ist es nicht teuer. Nee, Max. Max? Alleine, wenn er so einen Zutron-HNPC hat. Mit 490er-Grafikarten. Die frisst nicht so viel Strom. Nein, gar nicht. Ich würde mir zwölf davon kaufen. Und würde da zum Beispiel Bitcoin sharen, Alter. Mining. Hier in Europa lohnt es sich nicht wirklich. In Deutschland schon überhaupt nicht. Einfach Ding, Alter. Coins generieren. Mining. Was? Du laberst so eine Scheinze. Im Herzen sind wir alle reif. Ich kann mich bei anderen. Das war das vor mir. Der Fall da! andern. Du hast schon lange Warframe gestreamt. Was hast du? Du hast schon lange Warframe gestreamt. Doch, ich mag nur für uns für dich. Serial? Ja. Ich gucke da oft gerne rein, weil du brauchst mich weiter. Der Movement ist auch viel mehr cool, um zu gucken. Ohne Nachts sind wir noch nicht so weit. Ich versuche nur den Fokus ein bisschen um die Story zu lernen. Da kriegst du ein bisschen schnell Sachen frei. Echo 2, hier Brainer. Wie weit sind die Sprengsätze? Der legt aber nicht scharf. Wann, da war wirklich cool das Spiel. Ihr seid nicht alleine da unten. Plus wird auf immer gratis. Ja. Kann ich so, 24 Stunden, keine Ahnung. 3 Uhr. Komm, ich spiele Warframe. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken. Und nur so, ich hab mich probieren. Ja. Und ich hab ihn herangesucht. Kannst du mal ein paar Mott spielen? Ich müsse mal die Story weiter spielen. Ich könnte ein bisschen 5 und 4 aufhängen. Weil wie gesagt, wir können auch bei dir halt Mott spielen. Und Dinge, Missionen. Und zum Beispiel Sachen Farms für Wallframes. Kannst du dann, so und da können wir auf unserer Map, so ein Solo Beispiel. Und Pluto, den Bossman, den du noch nicht freigeschaltet hast. Und so kriegst du halt schon Sachen, die sonst noch nicht keines kriegen. Ja, das ist geil. Und zwar sehe ich heute, weil sie bestimmte Warframe oder so. Ich finde, das muss den Abilities nicht verstanden. Also muss den Fähigkeiten nicht verstanden, wie sie ganz ob Sachen machen. Ah, den Mott. Ja, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, wie das ist. Weil Mott, als du für dich, für die Fähigkeiten zu verstärken. Oder halt zu verbessern. Du kannst zum Beispiel auch noch einen späteren Spielverlauf ändern. Zum Beispiel. Dass du so, ja. Ansonsten könnte ich einfach so auf Damage machen und solche Sachen. Alles, was du gerade eben geredet hast, ich habe alles verstanden. Ja? Okay. Ich schwöre, ich habe alles verstanden. Bob? Luxemburgisch ist auch nicht schwer. Was ist das für ein Deutscher? Ich bin international. Ich bin international. Aber gut, ich denke, dass Luxemburgisch für Deutsch auch nicht so schwer ist. Naja. Oder irre ich mich da. Also ich kann ja keinen in Deutschland, der Probleme hat, Luxemburgisch zu lernen. Aber sprechen, glaube ich, hier schon, oder? Nicht wirklich, also ich arbeite ja in einem deutschen Betrieb und auch die Deutschen, also spätestens nach einem halben Jahr können die Gebrochenen Luxemburgisch. Wenn sie wollen. Ja. Sowieso, die Deutschen sind viel kooperativer, als Luxemburgisch zu lernen, als die Franzosen. Als die Franzosen. Oh. Du hast maritime reg purposeet, Haendliche Sterne. herausgefunden. Red. Stimm aber. Ich bin Franzose. Ich hab mich jetzt hier eigni viel zu tun, Alltagata. Also dann die Gamer hat, und wir haben die Best-Internet-Internet gewählt. Bringen Sie Alltag in die Nähe, dann sehen wir ob er den Strom abschalten kann. Sie sind direkt in der Vorzeit, aber ich habe den Weg. Ich glaube, ich muss hier die Fotos wieder ankommen. Letztes Mal hatte ich auch so eine Diskussion. Ihr Luxemburger, nehmt uns über Häuser von der Grenze weg, sag ich ja. Ihr nehmt ja auch unsere Jobs weg, also ich lasse das Rest für jeden. Die nehmen mir die Luft zum Atmen weg. Können ja auch ihre Luft einatmen. Geht doch weg, du Penner. Hup! Fussi-Rund. Sie haben es fast geschafft. Legen Sie das andere Stromterminal, an. Angriffsdrohnen erkannt. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Die Vizeilhe ist auch noch eine eine, zweite Teile, der sich, nicht mit ihm begeistert. Entstehen wir zu können. Aber dann musst du ihn jetzt ansehen. Ich glaube, es wird nicht mehr aufgehen. 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 Alles klar, ich habe nicht wirklich gearbeitet. Hat Tu Titanfall noch nicht gespielt? Nein. Ein wenn alles eben als Multiplayer nicht gespielt. énormémentишьplant mit. Até egal welche, es ist geil. Aber die euerrendo rolartsis Owners ist ja auch richtig. ist gut vom Spielstil hier war Titanfall ein Multiplayer so wie Apex ja jetzt spielt sich wie Apex es ist meine Ult ist meine Ult ja 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 wenn wir uns mit den Wurf nehmen dann bleibt es natürlich dann werden wir ein höheres Lützebäuer Team ja ich wollte nach sowieso die Wüsche fertig kriegen und ich hab noch ein neues Call of Duty reißen Ja, du bist gespannt, wie du ihn hast. Ich habe jetzt so Bock, um das erste Division 2-Spiel zu spielen. Ich war Kinguin, ich habe das ganze Spiel für den Update für 15 Euro gekriegt. Okay. Weil das Spiel kriegst du eigentlich auf Steam für nicht mehr und 20 Euro im Gesamtpackage. Und über Kinguin kriegst du immer so viel Promotionen. Ich habe schon ein bisschen Zeit zu hören. Ich bin ein guter Spieler, viel Zeit und Kf. Ja. 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 Ja, ich darf nicht. Ja. Ich bin hier kaputt. Ja. Das war's für heute. Ah 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 Und Wir müssen das nicht machen, so Bisse jetzt machen wir so viel damit so Ey, da ist schon so ein Süßniper rumgefallen. Das lieb. Schwede Verwundung entdeckt. Diese Verwundung, die sich schrauben, dann schrauben wir nicht an. Abriegelung läuft. Eingänge versiegelt. Wenn ich diesen Bauplan richtig verstehe, können Sie durch die Lüftung weiter. Ich denke nicht. Mir? Nein, mir wird nicht online sein. Nein, ich denke nicht. Ah, nein. Ich denke nicht. Cool. Ah top. Aber wie gesagt, wenn du willst... Ich meine spätestens... Iwamur. Ja, Iwamur. Ich spiel mal rum, wahrscheinlich schwach. Wollen wir mal gucken. Anst du losst du es? Wie gesagt, wir können auch bei dir an der Story weiter spielen. Das ist mir an sich egal, ne? Weil ich spiel mittlerweile... Oder halt Planeten freischalten oder wenn es zu sehen ist, so an. Du willst die Walfre im Bust schon in einem Dojo? Nein, noch nicht. Noch nicht. Stimmt, ich muss das jetzt testen, weil... Ich hatte nämlich Probleme mit meinem Kontrollertspiel zu spielen. Ja. Und ich muss jetzt einen Xbox-Controller kaufen für einen Xbox Elite 2. Ja. Ja. Ich muss einfach gucken, wir müssen nur etwas besser laufen, weil viele von mir in allen Spiele laufen besser. Weil das Problem ist, Playstation-Controllers gehen zwar ungeholt von Steam und alles, sie machen ja in Kooperativität, aber jetzt gibt es verschiedene Spiele, die holen nicht unten. Ja, ja. Es ist schon nur allgemein, dass die Xbox-Controller viel besser harmonieren. Ja. 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 Ich meine, ich werde die von Skoppen noch bestellen. Ja. Ja, es ist schon mal selber gebaut. Ja. Ich habe schon einen Kontrollers mega gut verschafft, auch Paddeln haben als Aluminium. Ja, ich habe noch geguckt, oder du kriegst sie ja auch am Core. Ja. 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 Ich habe schon ein Spassal, wenn es zu Summe gesagt hat. Ich habe schon, ob Amazon, ich habe schon über die Warehouse, ich habe schon über 70 bezahlt. Hm. Frage. Über die Warehouse, ich habe so oft viele Sachen viel viel mehr geholfen. Also, der Kontroller, ich bin dran, kann ich das beschädigt. Ähm. Kann ich das mal so etwas für Scheiss egal. Was denn dann? Hast du da schon ein paar so Misserfolge, bei Amazon, oder? Bei dem Warehouse hatte ich bisher noch nie etwas, wo du schlecht war. Und du hast die nämlich garantiert. Das hat von dir den Artikel so nicht gefällt, wie in Oswald. Du steht da, du schreibst dran, von einem Zentimeter. Du kriegst die Kontrolle und stehe dich selber. Äh. Da kannst du ihn einfach zurückschicken. Achso. Okay. Du hast ihn nämlich garantierechte. Hm. Danke. 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 Düstens agri ist das? pizza bisschen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, ist das The Vault, Mech oder Excalibur? Ich muss nicht gucken, dass... Ähm... ...die aller 1. Klasse mit dem Schwert... Aber ich muss sicher selber gucken. Und die Abilität, wenn du 1 trägst, dann läufst du mal ein Schwert darin, kann das sehen? Ja. Okay, dann hat das Next Calibur. Wie zum Beispiel Volt oder so können wir schon farmen, ne? Wenn du die willst. Oder... Ähm... Wie wäre auch der Rhino zum Beispiel. Du trägst einfach nur in der NK 2 und du bist unbesiegbar. Wirklich, du kriegst keine Schwert. Und... Und wenn du dann aufgelaufen hast, trägst du einfach nur in der NK 2 und du hörst... Rimm unendlich schuld. Ja. 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 Oder so Defense Missions, ich spiel mal da Mission zu Charakter, du platzierst so in und ihr habt eine Abilität und mit, wo ihr dann mein Lieber grüßt, dein Schuh wird geboostet, dein Geschwindigkeit wird geboostet, den einen muss dann etwas zu blutzen und dann stiefen sie schon bei der Linz dann. Ich schau mal den Zuschauer, wird doch cool aus, so einen Zuschauer joinen da dann. Und da hat man dann noch eine Gage in der Meinung, also ich weiß nicht wie stark die waren, das war schon krank. Obwohl mir noch relativ klein waren, also vom Level her. Elektronisches Gerät erkannt. Und damit sind wir wohl fertig. Prüf die Siegel noch einmal. Ich habe sie viermal geprüft. Es ist alles erledigt. Schade es nicht, es nochmal zu prüfen. Oh, was war das so blöd für mir? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Noch nicht. Okay. Zumindest lenkt mich die Arbeit davon ab, wie schlimm es wirklich ist. Die Gäden. Oh, was ist vor, was war das fünfmal? Oh Fine. Was bin ich für ein Verwinden? Oh, was war das? Ich bin. Was war das? OER пуfe wird ein Klemmer, die sich sicherlich zu verwendigen. Um, was ich war das? Oh, was war das? Was ist sicherlich? Ich war das? Was ist 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 das denn? Torsteuerung geordnet. 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 Das war's. Das war's. Frachtlader geortet. Frachtlader geortet. Ich bin sogar Twang, oder? Momentan nicht. Das Twang ist momentan nicht von dem... Mega hochfahrt. Ja, das ist ganz schlimm. Alle anderen zum Heli-Vert. The only... premade squaders attack Shreya. Da wird's nicht allein zum Solo mega gut was. Ja. Ich verleih das einfach mega viele Punkte an. Ich hoffe ich Punkte am Anfang. Okay. Weißt du das hier schon zur Wurst? Egal was, man. Lala. Lala. Denken Sie sich vor. Brenner weiß, dass Sie zum Helipad wollen. Und erwartet auf Sie. Was? 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 Was hat auf Sie? Was? Was? Oh ne, was ist er tot denn da los? Oh ne, 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 ne Oh ne, 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 ne ne Oeh, ne Me Nach 6 Level und dann hätt ich die Battle Pass durch. Ja, ich finde das, ich hab es gelobt. Ja, ich bin froh, dass die Nemi bis 110 geht. Weißt du, das halten sie bei 100 kursst du es gehen, aber bei 110 kursst du es gehen. Und dann, ja, dann musst du wirklich nur von Grunds mega drinnen haben, für die 2 zu kreieren. Ja, ich bin froh, dass die Nemi etwas richtig, cool ist. Ja, ich bin froh, dass die eine Nemi nicht gefällt, aber das ist das ist spätig. Ich bin froh, dass die Nemi nicht gefällt. Ich bin froh, dass ich das rauskommst. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich das rauskommst, wie es rauskommst,幾ig erinnert. Ich bin froh, dass ich das rauskomme. Denn. Oh, die Missionen am Pentagon sind so urstrengend, jetzt sind Missionen, wo einfach mal ein paar langen Stunden So, ich mache es. Okay, dann. Okay, dann sehen wir es. Na ja, wie gesagt, wenn es los ist, dann kann ich euch mal einfach schreiben, dann. Okay, Stress. Yes. Ja, dann viel Spaß. Merci. Ciao, ciao. Okay. 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 Ich muss jetzt auch erwirren, guck mal. Ich fahre schon, ich kann nicht drüber, Lief. Ah, 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 ah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht die Geschütze bereit. Sorgt dafür, dass hier keine Luftunterstützung ankommt. So dann, dann wird's lustig. Okay. 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 Was ist das? Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Wer ist auf diese Position? Jetzt! Wer ist auf diese Position? Jetzt! Sofortige medizinische Hilfe. Sofortige medizinische Hilfe! Sofortige medizinische Hilfe! Dann machen wir die Schwerghege! Ich bin jetzt direkt vor uns. Ich bin jetzt hier. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ......... ......... ...... 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 So, dann bin wir wieder zurück und machen wir noch diese Die Black Tusks haben das Camp angegriffen bevor wir alles durchgehen konnten was sie bei der Bergung von Alice zurückgelassen haben Ich vermute dass es dort Informationen gibt die nicht in unsere Hände fallen sollen Ein Grund mehr sie uns zu holen Feindübertragung abgefangen Hier Schäffer, Planänderung. Ich habe ein paar Kandidaten für meine Einheit geschickt, um die Aufräumarbeiten zu überwachen. Unterstützt sie in jeglicher Weise. Laufen die alle hin? Achtung, Geschütz installiert! Scheiße, ich muss jetzt anklicken. Feindübertragung angefangen. Hier Tails. Habt ihr eine Gruppe feindlicher JTS am Helipad? Moment. Ich sehe keine Waffen. Schlachtfeldforensiker, würde ich sagen. Ein paar von Ihnen tragen Pappkartons. Wir können nicht zulassen, dass Sie was mitnehmen. Verstanden. Greife an. Ich komme von Rechtsschwetterherz. Schlöcher. Natürlich! Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 ... Was ist das? den Auftrag. Dafür werden die Spann. Befolgen Sie das Einsatzziel, Tate. Haben Sie verstanden? Scheiße! Schwede Verwundung entdeckt. Spannende Musik System gedrosselt System wiederhergestellt System 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 Sie betreten einen sicheren Bereich. Sie betreten einen Schmach. heute reicht es ich mache schluss wir hören uns morgen dann in aller frische ich wünsche euch schönen abend beziehungsweise den spuken morgen hier sind ja schon fast drei oder ich habe zwei jedenfalls danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann morgen und